Ahoi meine lieben Freunde, wir sind auf der Jagd nach Sultrase, bzw. vielmehr auf der Jagd nach den beiden Einhandschwertern, die zusammengefügt das epische Schwert Sultrase ergeben. Und damit willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Ja, das wird ein Kampf werden hier. Eine lange, lange Jagd. Und wie gesagt, ich rechne mit Minimum 10 Instanzgängen, die wir hier hinter uns bringen müssen, bis wir irgendwann mal auch nur ein einziges Teil von Sultrase in den Händen halten. Früher war die Drop-Chance für eins dieser Einhandschwerter bei eigentlich zwischen 2 und 3%. Ja, so viel dazu. Also da steht noch richtig viel Spaß aus, Leute. Das kann ich sagen, das ist auch noch ein scheiß Hunter, ey. Boah, ey, diese Magier, der Arcan Mage, der zieht Agro wie Buddha. Das ist richtig widerlich. Ach, diese komischen Verwandlungen hier die ganze Zeit. Aber hier direkt die spällt, ne? Was ist das für ein Heiler? Der ist ja richtig nice. Richtig OP, der Heiler ist richtig gut. Der Heiler ist richtig, richtig gut. Ja, der Heiler, meine Güte. Selten, selten so einen guten Heiler gehabt. Auch die Gruppe insgesamt. Richtig gut. Weil Zulfarag ist eine Instanz, die hat Vibe-Potenzial. Wegen der Vielzahl an Trash-Mobs, die hier rumrennen. Und wenn man da nicht aufpasst, hier direkt die Curse. Unfassbar hier. Sofort hier die Spell. Richtig nice. Der Kerl ist einfach nur top. Hier, dieser Nuri. Nuri irgendwas. Ja, richtig, richtig, richtig gut. Große Props hier. Aber auch die Damage-Dealer. Alle top. Alle gut. Kann man sich echt nicht beschweren. Übrigens, das hier. So ein Event in Zulfarag. Also das ist einzigartig von der Instanz her. Ja, generell Zulfarag ist eigentlich eine Instanz, die von den Ideen her und auch vom Aufbau als Troll-Instanz einfach nur richtig gut ist. Die ist richtig gelungen. Zulfarag. Aber generell, wenn man sich nur mal überlegt, Zul Aman, Zul Gurub, Zulfarag. Zwei Raids, dieses Dungeon. Das ist einfach, das hat einfach Stil. Das sind einfach tolle Instanzen und nach wie vor eine der ganz, ganz großen Leistungen von Blizzard, die die hier im Laufe der Zeit erbracht haben. Zulfarag, meine Güte, kann man echt nichts anderes sagen. Das ist zu weit entfernt. Auch jetzt hier richtig schön gemacht mit dem Freeze. Richtig schön. Richtig mitgedacht. Kann man sich echt nicht, echt nicht beschweren. Meine Güte, ist das eine... Ich komme gar nicht mehr aus dem Schwärmhaus. Merkt ihr, ne? Richtig klasse Gruppe. Junge, Junge. Selten sowas... Also ich glaube, von allen Dungeon-Gruppen, die ich hier bis jetzt hatte, ist das die beste Dungeon-Gruppe von allen. Mit Abstand. Vom Schaden, über die Heilung, übers Targeting. Alle gut. Alle gut. Richtig, ein richtiger Augenschmaus. Ein richtiger Augenschmaus. Richtig schön. Wenn es sowas so ein Honor-System wie ein League of Legends gäbe, Leute, ich würde die instant alle honorn. Einfach nur klasse. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier keinen Loot bekommen. Und dann steigen die Chancen, dass wir bei dem Boss, wo gleich das Schwert droppt, dass wir da Loot bekommen. Ich brauche ein Ziel. Ja, scheiße. Leider bekommen wir hier Loot. So, der Kerl muss das Tor aufsprengen. Jetzt prüggeln wir uns mit dem Blei. Tja, ich konnte euch noch nie leihen. Das ist einfach schön gemacht, dieses Dungeon. Es ist einfach schön gemacht. Es ist ein anspruchsvoller Dungeon, finde ich. Gerade auch, wenn man irgendwie so eine Anfängergruppe ist oder so. Weil einfach die Fülle an Trashmops und man geht hier auch nicht einfach durch und killt einfach einfach. Alles, wenn jetzt hier zum Beispiel keiner ist, der Ahnung hiervon hat. Das hier zum Beispiel ist total überraschend für die Leute. Weißt du, erst supportet man die und dann muss man die plötzlich befeiten. Das ist einfach... Einfach richtig schön gemacht. Ich muss näher ran. Richtig schön gemacht. Und der Heiler. Einfach nur... Absolut. Ja, klar, er hat Level-Gear, aber Nevermind. Das heißt... Das heißt, längst nicht... Wir hauen nicht ab. Ich verstehe, warum er erst den anderen Boss machen möchte, weil wir es hier gleich theoretisch geschafft haben, aber... Da hinten geht es ja noch weiter. Das ist zu weit entfernt. Der Lächer CC hier. kommen auch alle vier auf einmal einmal hier einen Stun reinhauen kann man doch auch Kür schlagen, oder? sind wir die Tiere? Eigentlich müsste man die Kür schlagen können diese Wüste ist mein ich kann nur hoffen, dass die wirklich nicht gleich abhauen bitte droppe die Waffe, bitte droppe die Waffe please kreuz die Daumen die Jungs unten hätte jetzt kreuz sie, kreuz sie so doll gekönnt die Sprüche, die da sagt, sind auch schon immer seit Anbeginn der Zeit gleich spürt den Furo der Sand, die Sandwüter herrschen über alles und diese Wüste ist mein scheiße da ist sie aber nirgendwo getroppt richtig ätzend ich muss ich muss nicht No shiiiit! Tikas, Tikas, Tikas! Also das war ungünstig. Habe ich es unterbrechen können? Ne, ne? Doch. Wenigstens gibt es hier die ganze Zeit schön Wut. Obwohl ich hier keine Waffe bekommen habe, nichts von dem Loot, den ich haben wollte, bin ich wirklich doch zufrieden, wie der Dungeon hier gelaufen ist. Oh, diese dämliche Verwandlung, ne? Ich brauche ein Ziel. Ist auch richtig ätzend. Das ist auch so eine Sache, das weißt du auch nur, wenn du die Instanz schon kennst. Weil eigentlich ist die Instanz jetzt abgeschlossen. Aber du kannst halt hier noch den Gong hauen. Früher war es so, dass du diesen Gong, diesen Gong-Schläger, noch extra in der Quest dir besorgen musstest. Das ist zu weit entfernt. Die Zeiten sind jetzt Gott sei Dank vorbei. Denn hier, der Gazrila ist eigentlich der eigentliche Endboss in der Instanz. Ich kann das nicht ankommen. Ach, das ist sogar noch ein Heldentum. Ja, jetzt haben wir hier natürlich Probleme. Oder auch nicht. Scheint niemand zu kommen. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichheit. Der Fury-Dings, ne? Der meine Gute, der macht einen Schaden. Und zack. Instant-D-Spell. Die kann man übrigens gleich auch, ähm, auch, äh, kirschlern. Ich brauche ein Ziel. Glaube ich. Oder? Nö. Geh nicht. Ich glaube, ich habe übrigens was vergessen. Oder? Nö. Doch, hier. Da war noch einer. Ja. Tiara der Tiefen. Ja, egal. Nevermind. Hol ich mir. Ich muss ja hier noch oft rein. Heißt, wir kriegen ja mit Sicherheit nochmal demnächst. Weil eine Quest fehlt jetzt hier definitiv noch. Aber den Boss hätten wir siegen müssen. Na gut. So. Zorn der Sandwüter. Die Sandwüter sind ein widerstandsfähiger Stamm. Sie haben Sandstürme überlebt und über die Jahre hinweg noch ganz andere Sachen, die inzwischen längst vom Sand bedeckt sind. Es wäre dumm zu glauben, dass die einzige Macht hier die Trolle sind. Wir haben Skarabeen gezähmt, Zulitus gezüchtet und unsere Toten wieder aufstehen lassen, damit sie bis in alle Ewigkeiten als Zombies kämpfen. Ruslu, die rechte Hand von Häuptling Ukorts Sandskalb, hat vor, mit ihrer Hilfe Tanaris für die Sandwüter zurückzuerobern. Ihr solltet die Trolle, die dafür verantwortlich sind, töten. Wenn ihr leben wollt, Mann. Töten, hat er gesagt. Töten. Sehr schön. Häuptling Ukorts Sandskalb. Schaut genau hin. So läuft das hier. Verrat folgt auf Verrat. Erst trickse ich euch aus, um das schwer zu kriegen. Und dann kommt Häuptling Ukorts und legt mich so richtig auf Kreuz. So ist das Leben, ja. Oder war es? Naja, ich weiß, dass ihr Masogar gar nie nicht leiden konntet. Aber ich weiß, dass ihr trotzdem macht, worum ich euch bitte tötet. Warum geht das immer wieder zurück? Tötet ihn für mich, vergießt noch mehr Blut auf dem Sand und gebt Häuptling Ukorts Sandskalb, was alle Sandwüter verdienen. Einen blutigen Tod. Vielleicht überlasse ich euch was von mir auf dem kleinen Fluch, äh, auf dem kein Fluch liegt. Ja? Was zur Hölle? Gibt ja gar keinen Sinn. Na gut. Was liegt an? So, Einbruch auf schwerem, Einbruch mit schwerem Werkzeug. Ein guter Kumpel von mir, Wegli, Lunte, hat sich mit Unteroffizier Blei und seiner Gruppe Gesetzloser zusammengetan, um in Sul Farag einzumarschieren und das legendäre Sultrasen zerbeuten. Äh, die Waffe, die ich auch haben möchte. Natürlich haben sie den Stamm der Sandwüter unterschätzt und jetzt sind alle, äh, festgesetzt und warten auf ihre Hinrichtung, um den Halbgott Gardsriller zufriedenzustellen, den wir auch erledigt haben. Wenn ihr Wegli befreit, wird er euch helfen, den Weg zu Ukorts Privatgemächern freizuspringen, wo er mindestens, äh, einen Teil der Klinge aufbewahrt. Und tötet Necrum, den Ausweiter und Schattenpriester Sessis, äh, die ihn gefangen genommen haben als Rache. Ich werde euch belohnen. Bleibt gut drauf! Na gut. So, liebe Leute. Da ist mir doch, äh, aus Versehen, ähm, nochmal Outer City ausgegangen, weil ich aus Versehen, äh, ausgemacht hab. Aber ich wollte auch nur noch sagen, ähm, dass wir uns bei der nächsten Folge, äh, wiederhören, dass es, äh, das an dieser Stelle gewesen ist. Und, äh, ja. Macht's immer gut, wir hören uns wie immer und, äh, ciao. Also, seht ihr euch mal. No, zero. So, ab. Ich bin bei dir das, wenn ich dir das, was. Und, äh, nur mit dir, als ich bin, denn, ja. Ich bin der Zeit. Und, äh, das ist das weiter.